Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tonkohle, Sie befinden sich auf dem zugangsoffenen Sendeplatz Demokratie in Bewegung. Verantwortlich für diese Sendung bin ich, Rita Krüger. Heute möchte ich Ihnen gerne mal eine Zeitschrift vorstellen. Neulich, nach dem Einkauf, stand ich vor einem Asphaltverkäufer und habe mich doch sehr, sehr lange mit ihm unterhalten und auch die Zeitschrift gekauft, das ist die Nummer 10 aus diesem Jahr. Ich habe mich jetzt mal mit dieser Zeitung etwas intensiver beschäftigt als sonst und möchte Ihnen gerne mal vorlesen, was diese Zeitschrift so in dieser Ausgabe zumindest anbietet. Erstmal zum Impressum. Herausgeber ist Prof. Dr. Heiko Geiling, Hanna Legatis, Rainer Müller-Brandes. Gründungsherausgeber ist Walter Lampe. Und direkt daneben werden auch alle aufgefordert, mitzumachen. Machen Sie mit. Die Runde der Ehrenamtlichen trifft sich nämlich jeden Dienstag in Hannover. Wie das hier in Hildesheim aussieht, weiß ich leider nicht, aber da können Sie sich erkundigen. Und zwar unter der Telefonnummer 0511, also Hannover, 3012690. Das Treffen ist immer dienstags um 17 Uhr. Beim Durchblättern finde ich zum Beispiel Informationen zum Thema Wilhelmshaven, Strände für alle erstritten. Hannover, Pille auch für Arme. Nochmal Hannover, Lehrer wollen klagen. Nochmal Hannover, VW-Geld für Bildung. Oder mehr Väter beziehen Elterngeld. Dann noch eine Information über Existenzgründer. 21 Prozent der Gründer in Deutschland sind Migranten. 139.000 haben im Jahr 2016 versucht, einen Betrieb auf die Beine zu stellen. Besonderen Hang zur Betriebsgründung haben Migrantinnen mit akademischem Abschluss. 3,1 Gründer pro 100 erwerbsfähige Akademiker allgemein 2,3 Prozent. Migrantische Gründer schaffen im Vergleich deutlich mehr Arbeitsplätze. 39 Prozent zu 28 Prozent. Aber 41 Prozent brechen innerhalb der ersten drei Jahre ihre Existenzgründung ab. Im Vergleich 30 Prozent aller Existenzgründer insgesamt. Auf den nächsten Seiten beschäftigt sich Asphalt mit dem Thema In Niedersachsen wird gewählt. Unter der Überschrift Wer will was? werden drei Fragen gestellt und drei Antworten der sechs Parteien mit Aussicht auf Mandate im künftigen niedersächsischen Landtag abgedruckt. Frage 1 Das ist die erste Frage. Jetzt lese ich Ihnen die Antworten vor. Die CDU. Trotz mehrfachen Nachhaken hat die CDU Niedersachsen leider nicht geantwortet. Die SPD. Wir wollen Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren, um die öffentlich geförderte Beschäftigung auszubauen und einen dauerhaften sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen. Dafür haben wir auf Landesebene 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Der Wunsch nach einer Aufstockung der Regelleistung durch Zusatzverdienst ist sicherlich nachzuvollziehen, aber letztendlich eine Entscheidung des Bundesgesetzgebers und langfristig nicht zielführend. Wir wollen neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose schaffen, die auf absehbare Zeit keine realistischen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Alle Angebote der Arbeitsförderung müssen so gestaltet werden, dass sie es auch Frauen und Männern mit Familienaufgaben ermöglichen, erfolgreich daran teilzunehmen. Die Grünen sagen, ja, wir unterstützen die von Ihnen geforderte Erhöhung des anrechnungsfreien Hinzuverdienstes auf 200 Euro im Monat. Die Freien Demokraten, ja, dies ist Bestandteil unserer Idee des Bürgergeldes. Wir wollen steuerfinanzierte Sozialleistungen wie beispielsweise die Regelleistung und die Unterkunftskosten des Arbeitslosengeldes II, die Grundsicherung im Alter, die Sozialhilfe zum Lebensunterhalt, den Kinderzuschlag und das Wohngeld in einer Leistung und an einer staatlichen Stelle zusammenfassen. Das liberale Bürgergeld macht es für alle Menschen, die auf die Hilfe der Gesellschaft angewiesen sind, einfacher und lässt sie nicht länger von Amt zu Amt rennen. In diesem Zusammenhang soll auch selbstverdientes Einkommen nur prozentual und geringer als heute angerechnet werden. Die Linke sagt, Die vorgeschlagene Anrechnungsfreiheit von 200 Euro kann daher nur ein erster Schritt sein. Die AfD, ja, diesen Vorschlag können wir vorbehaltlos unterstützen. Die AfD, ja, vielen Dank. Ihr seid ans achievement. Es geht darum. Vielen Dank. 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 Die Knapp die Hälfte von ihnen hat an der sogenannten Sonntagsfrage, die wir Mitte September im Asphaltvertrieb durchgeführt haben, teilgenommen. Anonym und diskret selbstverständlich. Das waren teils überraschende Ergebnisse. Wenn es also am 15. Oktober nach dem Willen der Asphaltverkäufer ginge, wäre eine Fortsetzung der bisherigen Koalition im niedersächsischen Landtag nicht mehr möglich. Auch eine SPD-CDU-Koalition nicht, denn die CDU kommt in der Gunst der Asphalte auf eine nur magere 16%. Die FDP ist ganz außen vor, die AfD erhielte beinahe 20%, ein Kreuz von jedem Fünften. Ist das schockierend? Schon. Nachvollziehbar? Nein. Verständlich? Ja. Die AfD vertritt zwar wirtschafts- und sozialpolitisch eindeutig nicht Interessen von Armen und Arbeitslosen, doch die Enttäuschung der Menschen, die einst aus unterschiedlichsten Gründen aus der Bahn geworfen wurden, ist immens. Nicht wahrgenommen zu werden, im Zweifel in der Schlange, um staatliche Zuwendung hinten zu stehen, ist Asphaltern ständiges Gefühl und oft Erfahrung. Jedes fünfte Kreuz bei der AfD ist mehr Hilfeschrei denn Protest. Seht, ihr mich? Gründungsherausgeber Walter Lampe hat Asphalt immer ein Brückenprojekt genannt, von Mensch zu Mensch, auf Augenhöhe. Kommen Sie ins Gespräch, kommen Sie auf die Straße, bitte sprechen Sie uns an, sprechen Sie mit uns, sagt Volker Macke. Jetzt noch eine Information, die für viele vielleicht nicht selbstverständlich ist, denn auch wohnungslose Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt. Wählen darf, wer am Wahltag erstens die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, zweitens mindestens 18 Jahre alt und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, drittens seit drei Monaten in Hannover oder Hildesheim oder anderenorts übernachtet hat, bei Personen ohne Wohnung gilt der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes als Wohnung. In Hildesheim melden Sie sich bitte, um sich ins Walsverzeichnis eintragen zu lassen in der Hannoverischen Straße 6a. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kinderarmut. Über 220.000 Kinder in Niedersachsen wachsen in Armut auf. Die Kinderarmut liegt in Niedersachsen über dem Bundesdurchschnitt und ist unter Rot-Grün angestiegen. Besonders häufig arm sind Kinder von Erwerbslosen, Alleinerziehenden, Migrantinnen und mit mindestens zwei Geschwistern. Arm sein bedeutet beengte Wohnungen, schwierige Stadtviertel, kein Geld für Hobbys, für Wünsche, nie Urlaub. Das hat auch gesundheitliche Auswirkungen. Die statistische Lebenserwartung eines Kindes, das in einer armen Familie geboren wird, ist elf Jahre niedriger als die eines Kindes aus wohlhabendem Hause. Dabei gilt, Kinderarmut ist in erster Linie Elternarmut. Zum Thema gute Arbeit, planbares Leben. Gute Arbeit ist immer unbefristet, tariflich entlohnt und mitbestimmt. Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Durch die Politik von SPD, Grünen, CDU, CSU und FDP wurden viele Beschäftigte in prekäre Arbeitsverhältnisse abgedrängt. Dabei wird der derzeit bestehende Mindestlohn oft umgangen. Diese Spaltung des Arbeitsmarktes hat auch die sogenannten Normalarbeitsverhältnisse unter Druck gesetzt und die Arbeitsbedingungen von vielen Beschäftigten verschlechtert. Der Stress hat zugenommen, Löhne wurden gekürzt, Sonderzahlungen gestrichen. Viele Beschäftigte haben Angst davor, ihren Arbeitsplatz zu verlieren und davor, durch die niedrigeren Löhne in die Elternarmut gedrängt zu werden. Den Veränderungen durch die fortschreitende Technologisierung und Digitalisierung der Arbeit muss mit Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich begegnet werden. An erster Linie steht, dass die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt nicht zu Nachteilen für die Arbeitnehmerinnen führen dürfen. Im Landtagsprogramm der SPD hat sie 2013 angekündigt, Lohndumping durch Leiharbeit zu beenden und stabile statt befristete Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Nach einem Bericht des DGB befinden sich 41,7% der Beschäftigten in Niedersachsen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen wie Leiharbeit, Teilzeit und Minijobs. Der Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, ein Armutszeugnis. Die offizielle Arbeitslosigkeit lag im August 2017 bei 244.241 Arbeitslosen. Rechnet man aber die 81.883 nicht mitgezählten Arbeitslosen hinzu, kommt man auf eine tatsächliche Arbeitslosigkeit von 326.124 in Niedersachsen im August 2017. Für eine neue Wohngemeinnützigkeit. Wohnen ist ein Grundrecht und keine Ware. Die Wohngemeinnützigkeit wurde in Deutschland 1990 abgeschafft. Wohnen wurde damit dem Markt überlassen. Seitdem hat sich der Bestand an Sozialwohnungen um zwei Drittel verringert. Die Politik der Regierung geht am Bedarf vorbei. Nur gut ein Viertel, das sind etwa 93.000, des Bedarfs an Sozialwohnungen in Niedersachsen wird gedeckt. Insgesamt sind es 350.000. 40.000 Wohnungen in Niedersachsen sind seit dem Jahr 2000 aus der Sozialbindung gefallen. Daher muss eine neue Wohngemeinnützigkeit eingeführt werden. Das heißt, es muss ein Sektor auf dem Wohnungsmarkt geschaffen werden, der nicht profitorientiert ist, der guten Wohnraum für alle schafft und das Wohnen als Grundrecht behandelt. Für gemeinwohlorientierte Unternehmen und Genossenschaften, die transparent sind und Mietermitbestimmung garantieren, muss es steuerliche Vergünstigungen, bevorzugte Förderung und einen bevorzugten Zugang zu Grundstücken geben. Eine echte Mietpreisbremse, die Mieterhöhungen stoppen soll, hat es eigentlich nie wirklich gegeben. Denn die Mietpreisbremse der Bundesregierung ist bereits am 01.06.2015 in Kraft getreten, aber sie ist wirkungslos geblieben. In großen Städten, Ballungszentren und Universitätsstädten explodieren die Mieten weiter, obwohl die Bremse vorsieht, dass die Miete beim Abschluss eines Mietvertrages maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Ausnahmen gibt es aber bei Neubauten, nach umfassender Modernisierung und wenn die Miete schon vorher höher war. Zudem sind Vermieter nicht verpflichtet, die vorherige Miete offen zu legen und es gibt keine Strafen für Vermieter, die gegen die Mietpreisbremse verstoßen. Das Ergebnis? Allein zwischen August 2016 und August 2017 sind die Mieten für Wohnungen bis 40 Quadratmeter in Lüneburg um 42% und in Hannover um 38% gestiegen. Der armutsgefährdete Teil der Bevölkerung zahlt über die Hälfte des verfügbaren Einkommens für die Wohnungsmiete. Weil die Mieten so hoch sind, werden viele aus ihren Wohnungen verdrängt bzw. finden keine Wohnungen mehr. Eine echte Mietpreisbremse muss eingeführt werden, die flächendeckend, unbefristet und ausnahmslos gilt. Bis zu ihrer Einführung soll ein Moratorium für Mieterhöhungen, das heißt bis dahin werden Mieterhöhungen ausgeschlossen. Und Vermieter, die gegen den Mietdeckel verstoßen, müssen endlich bestraft werden. Es braucht ein Register, das Transparenz über die bisherige Miete herstellt und den Datenschutz der Mieter berücksichtigt. Mietwucher muss endlich geahndet werden. Mieterhöhungen 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 Vielen Dank. 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 Und ... 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 ...... ...... ... Menschen in viel zu beengtem Wohnraum oder in Wohnungen mit sehr schlechtem Zustand leben müssen. Letztlich steigt die Obdachlosigkeit. Mit unserem Aktionstag möchten wir Sie als Öffentlichkeit informieren und fordern gegenüber Verwaltung und Politik bezahlbaren Wohnraum in vernünftiger Qualität für alle. Das bedeutet erstens Schaffung von neuem Sozialwohnraum als Neubau und im Bestand, Erarbeitung eines kommunalen Wohnraumförderprogramms zur Steuerung und finanziellen Ergänzung der Fördermittel von Land und Bund, Förderung von bezahlbaren barrierefreien Wohnungen auch im Rahmen von gemeinschaftlichen Wohnformen. Zweitens Bestandssicherung preiswerten Wohnraums durch Ausweisung Hildesheims als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt und damit unter anderem Einführung der Mietpreisbremse. Beseitigung von Wohnungsleerständen im städtischen und im privaten Wohnungsbestand. Erarbeitung eines Mietspiegels zur Schaffung von Transparenz und Rechtssicherheit auf dem Hildesheimer Wohnungsmarkt. Unterbringung von Wohnungssuchenden bei Baugesellschaften auch mit Schufa-Eintrag. Drittens Verbesserungen in der Obdachlosenhilfe. Aktualisierung des Konzeptes zur Obdachlosenunterbringung der Stadt Hildesheim. Dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten dem jeweiligen Personenkreis angemessen, zum Beispiel bei jungen Erwachsenen. Viertens Neuschaffung des bei der Stadt Hildesheim vor zehn Jahren aufgelösten Amtes für Wohnungswesen. Ich wurde geboren in Frankfurt am Main in der deutschen Zentralbank als 100 Mark Schein. Der Vater heißt Krieg, ein Betrüger, ein Lügner, ein Dieb. Die Mutter ist die Gier, die täglich über uns siegt. Die Kinderzinsen auf internationalen Banken, die seit sie denken konnten. Nur kühle, kalte Konten kannten. Meine Opfer sind Menschen, so wie du. Ich geb euch die Illusion von Macht und ihr gebt Ruh. So viele denken, ich gehöre ihnen. Doch sie gehören alle mir. Schau nur, wie sie mir dienen. Ich kontrollier ihre Ziele, träume ihr Verhalten und Verlangen, bis sie mich zum Vergöttern anfangen. Bringe Paare zusammen, reichst Familien zwei. Und hört man von Streit, sei sicher, ich war dabei. Ich nahm Gott den Glauben und hab den Teufel getauft. Und auch diese Platte wurde durch mich gekauft. Meine Macht reicht so weit wie das Himmelsreich. Blauer Samt wie das Meer, so weich und kalt zugleich. Auch bei dir bin ich ein immer gern gesehener Gast. Aber sieh dich vor, dass du dich nicht zu meinem Slaven machst. Er war angestellt, ackert hart für das Geld. Freitag ist zahlt, hat kaum zu Hause Nutte bestellt. Er hielt mich so fest in seiner Hand. Doch wie schnell gab er mich frei, als sie in seinem Zimmer stand. Gierig die Lippen geleckt, Schontree anstatt Sekt. Mit feuchten Fingern hat er mich in ihren Ausschnitt gesteckt. Gutes Geschäft, ne Nummer 100 Mark. Doch ihr Glückwerte leider nur bis zum nächsten Tag. Ihr Freund ein Verlierer, ein Schläger, Autoschieber, schräger Dealer, Hehler, Spieler. Wie im Fieber den Zaster verprasst, vor lauter Hass. Nicht aufgepasst, von den Bullen gefasst, sitzt im Knast. Den Kopf voller Koks hört er, wie der Bulle sagt. Heute ist ein Glückstag. Ich lass dich gehen, für nen geringen Betrag. So kam ich in die Uniform von nem Polizist. Denn ich bin der Grund, warum man Recht und Gesetz vergisst. Das Vokabular von Geld kennt kein Nein. Und kennt ihr Torch? Auch er fiel auf mich rein. Auch der Pfarrer nahm mich feierlich auf. Wie besessen, zelebrierte mich, verehrte mich in seinen Messen. Dankte mir mit weißem Brot und rotem Wein. Denn nichts ist ihm so heilig, wie der blaue Heiligenschein. In den vorderen Reihen sitzen die, die wissen, was läuft. Ich dachte, Hip-Hop sei anders. Ihr habt mich ein bisschen enttäuscht. Kaum kam ich ins Spiel, hab ich euch nicht wiedererkannt. Ich werd immer wieder in euren Liedern genannt. Als Problem oder Held oder Ziel dir bekannt. Ihr seht in mir etwas, was ich nie da befand. Ich würde selber gerne wissen, wie das entstand. Denn helfen kann ich auch, doch es liegt in deiner Hand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017